Der Kurator Wilhelm Möller begleitet mich heute auf der Erkundungstour im Australiengehege. Wir sind unterwegs zu den Emus und ich bin ganz gespannt, wie die Tiere uns empfangen, denn die haben es ganz schön in sich. Ja, keine Panik. Keine Panik. Gut. So, dann gehen wir mal vor. Haben die eigentlich auch Namen? Emu 1 und Emu 2. Vielen Dank.